Mehr hab ich nicht Oh, hier ist ja einer! Ja, ich war kurz weg Ui Oh ne, jetzt hat er mich vergiftet, darauf hab ich jetzt einen Wait, I, 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 I have a Milkeimer Bucket Hallo Leute und willkommen zur nächsten Premium Folge Minecraft Ender Games Ja, jetzt hat es sich ausgereizt Tobi Also es ist eine Premium Folge Es ist einfach Premium Okay, nein Äh, ja Äh, 23. Part Immer noch Zielsucher Äh, so, ich Ich glaube, du hast sich irgendwann mal Verzählt, ne Nö, ich habe nur Äh, ein Video nicht hochgeladen Äh, und Das war's Ja, und einmal, ach so Leute, ne Die letzten Drei Videos, also Davor jetzt gerade noch ausgenommen Äh, sind fortproduziert, deswegen labere ich da auch ständig Von irgendwelchen Intros Von der Namensänderung Und was noch, was noch Genau, was hab ich noch gelabert, genau Dass das angeblich der 20. Part schon wär Ja, genau Weil der völliger Müll war Das hab ich aber später gecheckt Aber ich hab auch mal Ich hab auch mal da drunter geschrieben Das, äh, wegen der Intro Änderung damit Ach, wegen der Namensänderung damit Ja, ich hab das Intro jetzt auch mal In die Beschreibung gepackt, ne Leute, es ist alles in der Beschreibung Ihr braucht nicht immer die Wie, du hast das Intro in die Beschreibung gepackt? Ja, den, äh, den Wer hat das nochmal gemacht? Wie hieß der? Du meinst den, äh, Type Arts oder so? Ja, genau Type Arts Hab ich den in die Beschreibung gepackt, Leute Ist auf jeden Fall ein mega cooler Designer Checkt ihn mal aus, wenn ihr ein Intro haben wollt Gibt ihm Money Gibt uns Money Ähm Ne, der hat uns... Der hat uns jetzt in den Knack Du bist unlustig In der Hoffnung, dass welche von euch Ihr auch ein cooles Intro haben Nein, aber schaut auf jeden Fall mal vorbei Weil der ist echt krasser Typ Ja, und das hat er zusammen gemacht mit, äh, Wiko oder so Wilko? Das weiß ich nicht Weil, äh, Type Arts mich eben halt die ganze Zeit angeschrieben hat und so Und, äh, Wilko oder halt ähnlich nicht Aber das steht auch in seinem Titel von dem Intro Gib mir doch den Speed, Buf! Ist auch ein mega cooles Ding Ich finde übrigens gar keine Kisten Ich hab nur eine Eisen-Cheese-Splied Ich hab nur mein Anfangsequel Ja, Zombie-Kips-Gelden getötet Ich geh jetzt voll auf Kills Da ist noch einer, den nicht töten darf Da ist natürlich sehr praktisch Okay, jetzt muss ich hier erstmal versuchen... Bzw. er hat mich tötet, ne doch nicht Oh ne, das Flo, Mann! Nein, ich töte mich nicht Ich wollte gerade abstauben, ey Alter, zwei Herzen Oh, hätte ich dich einmal geschlagen wärst du down Da oben ist einer Aber ich hab eh keine Glück Hoppala Ich mein, jetzt wurdest du getauft, das ist doch richtig billig Guck mal, ich habe da hinten was gefunden Einen dritten Ender-Gehen Hast du vielleicht ein bisschen Riss, die du nicht brauchst? kannst du denen eine Schlucht werfen oder so? Nö, tut mir leid Ich hab nämlich auch nur meine Goldschuhe ein besseres schwert ich weiß nicht was ich hier tue ich habe jetzt ein tier mehr habe ich nicht ja ich war kurz weg jetzt hat er mich vergiftet darauf ich habe gerade ein kleines gut wie heißt der teil voll der scheiße halten voller scheiße und wir machen jetzt eine karavane da kommt der zweiter okay gott sei dank danke tobi torben hinter dir da bin ich nicht mehr das bist du nicht sorry habe ich mit dem namen irgendwie ja kommt noch nicht weg alter nur weil ich überaus besser ist jetzt hinter einem torben ja aber ich habe ich bin ich habe ein herz ausrüstung ich habe ein herz und startausrüstung weil ich in meinen kisten immer nur essen langsam habe ich auch mal genug essen ich bräuchte essen kannst du welches da lassen im tausch zu diamanten ja ich habe nur zwei ja die kann ich gebrauchen ich habe nämlich ein so ich bin früh hier und wer ist das da jetzt schon wieder acht ist halber von dem kind ist immerhin etwas alter durchs ja richtig low life was habe ich hier ein schwertorben eisenschwert nein da liegt ein dia schwertorben torben hier in dem haufen ja dann gibt mir mal zwei dias wieder links da hinter dem blotst du eigentlich ja hinter dem speedblock ja auch wenn du getauscht wirst so zeigt zeigt sich dann ein bisschen weg damit du zeit hast weg zu rennen falls ich getauscht werde warum weg kann ich tötet war das eisenschwert mit scharpen ist verzaubert nehmen mit anbrechen leider nur bis zu sein ja da unten kommt da unten ist seiner der ist nicht gut equipped hat der helme für dich nehmen wir nicht das meins was denn jetzt passiert auch ich wurde mit selber ja der ganz schöne tränke reingehauen das ist unabsichtlich ist töten ziemlich heftiges drücken was ihr da macht also ihr tötet euch ich nehme den kürbisch kuchen ich schicke es gerade nicht auf feile kann man jemals keine feile haben hier in india geht es läuft einfach nach das finde ich absolut nicht in ordnung du bist nicht der schlecht ist ausgerüsteter nö jetzt bin ich eigentlich auch wieder ganz gut dabei da ist dieser olé der ist am besten ausgerüstet und dann gibt es einer der null der olé kürt den gerade ne so kann ich was reißen wenn ich so will ich habe die ziel zufragen machen kann ich so weg torben ich will was anderes zu recken ach so sagen ich denke ich habe schon 100 dr blöcke entfernt man sich natürlich ich bin auch zielsücher Aber das ist nicht Flo! Ich gebe dir die Freiheit, ihn zu schlagen. Sorry, ich bin noch immer krank, Leute. Alter, da ist einer, der voll-equipped ist und der kriegt einen Känguru mit null-equipped nicht hin. Äh, wie heißt der? Ole, rein zufällig? Ole, den kriegt ihr so locker hin, der kann nichts. Jetzt lässt er sich nicht töten. Der tötet den fast noch, der null-equippeder. Der hatte, ich hätte zu gern gewusst, den der eine nur noch hat. Sag ich doch. So lappig. Das ist so bitter, wie man es so schlecht sehen kann. Aber wir sind ja die letzten. Ja, keine Ahnung. Da unten liegt noch ein Dia, falls du noch möchtest. Nee, habe ich nicht nötig. Noch hier so schlecht. Oh, da ist gar nicht mehr an. Schade. Dankeschön, Toni. Okay, wir kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen. Ja, klar machen wir. Alter, so ein Müll. Komm her. Der hat 14 Diaz bekommen. Nee, nee, hab ich nicht. Nee, nee, nee. Meine Crip ist auch nicht besser geworden. Oh, 14 Diaz, was nötig, Alter. Ja, durch mich? Nee. Nee, hab ich gefunden. Deine Mutter, die hab ich gefunden, Alter. Oh, sowiat, oh. Ja, nee, sag ich nicht. Jetzt will er es wieder als seins ausgeben. Ja, ich hätte einfach gefallen. Ey, du bist 78 Blöcke. Ach, da oben bist du. Ähm, darf ich eben... Darf ich... Darf ich eben nen Goldapfel essen? Oder ist das irgendwie nicht so drin? Nö, so generell eigentlich nicht. Na gut. Aber weißt du so, also aus Nettigkeit. Ja, da zieht er sich auch noch das rein. Ey, das hast du ja auch drin. Ist ja unfair. Ja, ja. Aber ich muss eben was essen. Da ich nichts besseres als mit einem Goldapfel in der Hotbar hab, musste ich den kurz essen. Ist das in Ordnung? Danke. Dann hernässe ich den auch mal. Ups. Ja, tu das, gönn dir. Ja. Oh. Da frisst er noch. Du hast noch Regeneration, Alter, das ist Müll. Du hast auch Regeneration, du Hesslorn. Aua. Aua. Eigentlich sind die schon abgelaufen. Nein, die haben auch die scheiß Partikel. Nein, die haben auch die scheiß Partikel. Ja, stopp. Hui. Aua. Willst du jetzt so lange wegkann, bis meine scheiß Regeneration weg ist? Ja. So, rein theoretisch schon. Ich würde ja nicht eher rentoren. Äh, mach ich ja. Der Design ist ja eher weg. Ne, jetzt hab ich wieder eine neue. Nein, hast du eh nicht. Alter, wieso wirft keiner von euch Pfeile? Moment Tobi, ich zieh noch mal eine nach, ne? Danke. Danke, dass du mir die Zeit lässt. Schöne kündigen. Mann! Was ist das für ein Fight, ey? Was? WTF? Ich wollte mir jetzt ein schöner Ange-Kombo reindrücken, aber der hat doch eh für nicht geklappt. Alter Mann, was ist das für ein Fight? Nein! Hey! Oh, da stirbt, da, da stirbt, da, da stirbt, da, weil er kein Wasser hat. Alter. Ich krieg den Baff! Nein! Ich hab ihn wieder nicht! Ja, Regeneration, du bist Beste! Regeneration, mach doch! Boah, Alter, du bist so ein kleines Arschloch. Moment! Jetzt zieh dir die Pfeile rein! Tobi, stopp! Ich hab kein Essen in der Hotbar! Ich komme! Oha! Oha! Ich hab den Baff! Ich hab den Baff! Bleib stehen! Nein! Nein! Du bleibst! Nein, Tobi! Wir haben eine Enderperle! Oh, das ist eine gute Idee! Danke! Kannst du mal die Fress halten? Ja, ich bin für Torben! Oho! Nee, das zählt aber ganz und gar nicht! Aua! Aua! Ja, ich bin down! Tschüss! Tschüss, liebe Meld! Mann, Alter! Mann, Alter! Ja, okay, ich hatte bessere Rüstung! Ja, ich weiß! Du hattest alles Beste, Alter! Alter, du hättest einfach volle Deer-Rüstung gehabt, das wär richtig unverschämt gewesen! Nein, ich hatte keine Hose gehabt! Doch! Doch, klar! Das fehlts in Deers! Ah, ne! Jetzt rechne mal! Richtig schade! Ach ja, stimmt! Ja, Mann! Schade! Ich hätt locker... Alter, wie ich dich fast noch mit den beiden Lava-Eimer down bekommen hab! Das wär echt geil gewesen! Ja, ja, ja! Ich hasse Lava, ey! Ohne Witz, das ist das ekligste Spielzeug, was es gibt! Nee, Lava, Lava, ey! Lava ist das ekligste, was es gibt! TNT magst du da viel lieber nach! Ja! Na gut, Leute! Dann würd ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge! Bei einer weiteren Premium-Folge! Und dann würd ich sagen, haut da rein! Abonniert und liked und kommentiert und tschüss! Ciao!